Skyborn, die Goldflügelprüfung. In diesem Buch geht es um geflügelte Menschen, die in ihren Clanreichen leben und besondere Angst oder Furcht vor den Gargols haben. Die Gargols tauchen immer dann auf, wenn am Himmel Wolken sind und es eventuell mit Regen droht. Aus diesen Wolken tauchen diese steinernen Wesen auf und holen sich die geflügelten Menschen und verwandeln sie in Steine. Damit das nicht passiert, gibt es eine Goldritterprüfung. Also Goldritter sind die, die die Menschheit oder diese Clanmenschen davor bewahrt, dass sie von Gargols geholt werden. Und jetzt geht es um Ellie, Ellie Meadows. Man sieht sie hier auf dem Cover. Ellie möchte gerne unbedingt eine Goldritterin werden. Sie will auch zu diesem Goldritter-Clan gehören, aber eigentlich ist das völlig abwegig. Erstens ist Ellie eine Weise. Zweitens ist sie ein kleiner Spatz. Sie gehört nicht zu den großen Vogelclans wie den Adlern oder anderen hohen, hochrangigen, Vogelarten. Sie ist ein kleiner Spatz. Aber sie träumt davon, jeder kann Goldritter werden. Dafür gibt es diese Goldritter-Prüfung. Sie möchte unbedingt daran teilnehmen. Dafür muss sie als erstes in ihrem Ort, in ihrem Heimatort eine Prüfung absolvieren. Die gewinnt sie auch. Das schafft sie. Allerdings passiert während der Prüfung etwas. Sie trifft auf einen Krähenjungen, auf einen verwundeten Krähenjungen. Und dem möchte sie, nachdem sie die Prüfung bestanden hat, auf jeden Fall erst mal helfen. Tut es auch. Und dieser Krähenjunge ist mit zwei Gefährten auf einer ganz eigenen Mission unterwegs, auf einer diebischen Mission. Und Ellie kommt dem Krähenjungen gerade sehr, sehr, sehr gelegen. Ob Ellie und Nox trotzdem beide ihren Traum erfüllen können und wie Ellie versucht, weiterhin Goldritterin zu werden, das ist super, super spannend zu lesen. Viel Spaß damit!